Es ist ein Tag im August 2015, als Nisar Al-Wah seiner Frau und seiner Tochter zum letzten Mal in die Augen schauen kann. Der Jurist steht auf einer Liste Assads, ihm droht Gefängnis und deshalb blieb ihm nur die Flucht. Ich kenne meine Tochter, aber sie kenne mich nicht, weil die letzte Mal sagen wir, hallo Onkel. Und manchmal rufen sie mich mit meinem Vornamen, Nisar. Ja, tut weh, ja. Die Tochter ist bei seiner Flucht zwei Monate alt. Nisar ahnte nicht, dass es vorerst das letzte gemeinsame Bild sein sollte. Viel kann er auf seiner Flucht nicht mitnehmen. Das kostbare Foto mit seiner Tochter, sein Hochzeitsbild, die letzte Aufnahme aus seinem Heimatdorf. Von Syrien aus flieht er in die Türkei, von dort mit einem Boot nach Griechenland, weiter über die Balkanroute im September 2015 kommt er in Deutschland an. Täglich telefoniert er mit seiner Frau. Jeden Tag schickt sie ihm ein Bild der Tochter. Jetzt geht es darum, dass sie mit der Tochter nachkommen kann. Sie hoffen auf ein baldiges Wiedersehen. Doch dann, im März 2016, wird der Familiennachzug ausgesetzt. Das ist die Hölle. Und es ist schwer zu beschreiben, wie das ist, wenn deine Tochter ohne dich aufwächst. Und es ist ziemlich schmerzhaft. Nur wer das selbst erleben muss, weiß, wie schlimm die Trennung von der Familie ist. Nisar hofft, dass seine Frau noch diesen Monat einen Termin bei der Deutschen Botschaft im Libanon bekommt. Seit zwei Jahren steht sie auf der Warteliste. Nisar hofft, dass es hilft, dass er eine Wohnung hat, alle Deutschkurse besuchte, sich gut eingelebt hat. Ich habe große Hoffnung, dass meine Frau und meine Tochter kommen können und dass meine Tochter hier spielen kann. Während der langen Wartezeit habe ich mir große Mühe gegeben, mich zu integrieren. Ein Jahr habe ich als Sicherheitskraft gearbeitet und ich glaube, dass meine Familie und ich uns hier gut integrieren können. Die Sehnsucht nach seiner Familie zerrt an Nisar Alwa. Und die Sorge, dass noch viele vor ihm auf der Warteliste stehen könnten, bevor er seine Familie wiedersehen darf. Und die Sehnsucht nach operatoria ist fehlt. Ein Jahr. Ge bad. Ge순. Wer hat mit competition? Euer als Mannschaft! Man. Fynn lacht. Bei ReinhardTY? Anda handles den Taub!